Die Verwechslungsgefahr im Markenrecht. Wann darf ich ein Zeichen benutzen, ein Logo, einen Namen, einen Firmennamen? Wann komme ich vielleicht einem Inhaber eines älteren Kennzeichens, einer Marke oder eines Unternehmenskennzeichens in die Quere? Das erfahrt ihr gleich in meinem Video. Hallo und guten Tag, mein Name ist David Gessner. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Berliner Medienrechtskanzlei Behnbecker-Gessner und leite dort die Dezernate Medienrecht und gewerblicher Rechtsschutz. Und heute soll es um das Thema Markenrecht gehen, genauer Verwechslungsgefahr im Markenrecht. Was ist das? Was muss man beachten? Das erkläre ich euch jetzt. Wenn man über die Verwechslungsgefahr im Markenrecht spricht, muss man zunächst klären, warum gibt es denn überhaupt eine Marke? Warum sind Marken eigentlich so bedeutend? Und was ist die genaue Funktion einer Marke? Warum sollte ich überhaupt eine Marke schützen? Die wohl wichtigste Funktion einer Marke ist die sogenannte Herkunftsfunktion. Das ergibt sich bereits aus der Definition des § 3 Markengesetz, denn eine Marke ist ein Zeichen durch das Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von den Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens abgegrenzt bzw. unterschieden werden können. Das heißt, man assoziiert eine Marke oder einen Namen oder ein Logo dann später auch mit Produkten und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens. So kann es eben auch sein, dass zum Beispiel eine Marke wie Coca-Cola oder Apple viele Milliarden Euro wert ist einfach, weil es so bekannt ist, so eine bekannte Marke ist und man eben diese Produkte mit diesem Namen in Verbindung bringt und eben das auch Ausdruck einer gewissen Qualitätssicherung ist. Und wenn wir darüber sprechen, dass eben einem Unternehmen bestimmte Dienstleistungen und Produkte einer bestimmten Qualität zuordnbar sind, dann hat man auch gleich die nächste Funktion, nämlich die Garantiefunktion und Werbefunktion und deshalb stecken auch bekanntere, größere Unternehmen sehr viel Geld auch in Werbekampagnen und in den Ausbau, in das Branding und den Ausbau der Marke. Wenn man über Verwechslungsgefahr einer Marke spricht oder von Marken, die gegenübergestellt werden, dann muss man zunächst klären, nach welchen Rechtsordnungen und Rechtsnormen wird das Ganze denn geprüft. Da muss man unterscheiden. Es gibt auf der einen Seite natürlich nationale, deutsche Marken. Dort greift dann das deutsche Markengesetz und dort muss man eben prüfen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit hier Unterlassungsansprüche bestehen oder eine Verwechslungsgefahr angenommen wird zwischen zwei verschiedenen Marken und Kennzeichen. Wenn es um Unionsmarken geht, also europäische Marken in der Europäischen Union, greift die Unionsmarkenverordnung, die eigentlich so relativ parallel zu dem deutschen Markengesetz läuft, mit einigen Besonderheiten. Aber je nachdem, in welcher Rechtsordnung wir uns befinden und je nachdem, was für eine Registermarke angemeldet wurde, diese Rechtsordnung ist entsprechend auch anwendbar. Eine deutsche nationale Marke meldet man dann beim Deutschen Patent- und Markenamt an. Das ist quasi das deutsche Markenregister und Markenamt. Und eine Unionsmarke meldet man beim EUIPO an und dort kann man genauso online die Marken anmelden, Waren und Dienstleistungsverzeichnisse ausfüllen. Eine Unionsmarke ist nur etwas teurer, weil man eben auch Markenschutz für die gesamte Europäische Union erlangt. Warum spielt denn die Verwechslungsgefahr im Markenrecht dann überhaupt eine so große Rolle? Das lässt sich ganz einfach erklären. Es gibt unterschiedliche Verletzungstatbestände, unter anderem für die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen oder Schadens- oder Auskunftsansprüchen muss eine Rechtsverletzung gegeben sein und die muss man ja irgendwie bestimmen. Und das geht natürlich nur, wenn sich zwei Marken und Kennzeichen in die Quere kommen. Und hier ist die Verwechslungsgefahr eben entscheidend. Das heißt, wenn eine neu angemeldete Marke gegen eine ältere Marke oder ein Kennzeichen verstößt, dann benötige ich eben eine Verwechslungsgefahr, um das positiv feststellen zu können. So gibt es eben unterschiedliche Verletzungstatbestände im Markengesetz oder auch in der Unionsmarkenverordnung. Kern des Markenrechts ist ein sogenanntes Ausschließlichkeitsrecht. Dieses gewährt dem Rechteinhaber das grundsätzlich exklusive Recht, das geschützte Zeichen allein und frei von anderen zu verwenden. Ich kann auch Lizenzen einräumen an meinem Ausschließlichkeitsrecht, dass eben andere exklusiv die Marke verwenden können oder auch einfache Nutzungsrechte bekommen und eben neben mir und vielen anderen vielleicht die Marke nutzen können. Das hat man klassischerweise auch bei Franchise-Systemen, wenn eine Marke etabliert ist und man andere Leute auch daran teilhaben lassen möchte bzw. selber Geld kassieren möchte dafür, dass andere die Marke benutzen dürfen. Nun müssen wir noch die Frage klären, wann ist denn eigentlich Verwechslungsgefahr gegeben und was sind die Kriterien für das Vorliegen einer markenrechtlichen Verwechslungsgefahr. Die Verwechslungsgefahr ist jeweils im Markengesetz und in der Unionsmarkenverordnung beschrieben. Der Inhaber des Markenrechts kann einem Dritten insoweit verbieten, das Kennzeichen markenmäßig im geschäftlichen Verkehr für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Unionsmarke des Rechteinhabers identisch oder ähnlich ist und für Waren und Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die die Unionsmarke eingetragen ist. Dies allein genügt jedoch noch nicht, um Ansprüche des Rechteinhabers zu begründen. Vielmehr benötige ich noch die Gefahr, dass Dritte mein Zeichen mit der verletzten Marke gedanklich in Verbindung bringen. Insgesamt gibt es drei unterschiedliche Konstellationen der Verwechslungsgefahr. Einmal gibt es die Identverletzung, das heißt die gegenüberstehenden Marken sind identisch und auch die Waren und Dienstleistungen, die miteinander zu vergleichen sind, sind identisch. Die zweite Konstellation ist, dass die Marken identisch sind und die Waren und Dienstleistungen nur ähnlich. Da kann man von geringer Ähnlichkeit sprechen, von durchschnittlicher Ähnlichkeit oder von hochgradiger Ähnlichkeit. Danach kommt eben schon die Identität. Und die dritte Konstellation ist, dass die Marken ähnlich sind, aber dafür die Waren und Dienstleistungen identisch. Die Grundvoraussetzungen für eine Verwechslungsgefahr und für eine Markenverletzung ist jedoch, dass die Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet werden. Das heißt, man darf die Marke nicht einfach nur privat verwenden, dann ist es nicht im geschäftlichen Verkehr. Wobei man sagen muss, dass die Hürden hier recht gering sind. Ich brauche also nicht eine Gewinnerzielungsabsicht, um hier im geschäftlichen Verkehr eine andere Marke zu verwenden oder ein Zeichen, was eben ähnlich mit einer anderen Marke oder zu einer anderen Marke ist. Also ich bin recht schnell im geschäftlichen Handeln, wenn ich zum Beispiel auf einer Website irgendwas platziere und dort etwas markenmäßig verwende, dann kann man hier schon von geschäftlichem Verkehr sprechen. Die Rechtsprechung und Kommentarliteratur zu eben dieser Frage sagt folgendes, ein Dritter verwendet das Zeichen im geschäftlichen Verkehr dann, wenn die Benutzung in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer auf wirtschaftliche Vorteile gerichteten kommerziellen Tätigkeit beruht und nicht allein im privaten Bereich erfolgt. Kommen wir nun zu den drei Kriterien, von denen ich sprach, die eine Verwechslungsgefahr letztlich in der Gesamtschau begründen. Zum einen ist das die Kennzeichnungskraft der Marke, die angreift, die sagt, du bist hier eine jüngere Marke, du darfst nicht verwendet werden oder eben zu dem Markeninhaber gesagt wird, pass auf, du hast eine jüngere, prioritätsjüngere Marke, mich gibt es hier schon in diesen Waren- und Dienstleistungsklassen viel länger. Und da muss man eben schauen, zunächst erstens die Kennzeichnungskraft dieser Marke, die kann eben schwach durchschnittlich oder sehr hoch sein, auch durch Benutzung und Bekanntheit erlangt sein. Als Beispiel, wenn ich jetzt Apple für Äpfel eintragen würde, dann hätte ich gar keine Kennzeichnungskraft, weil die Marke ist rein beschreibend, dann würde sie so als Wortzeichen auch gar nicht angemeldet werden können, denn es würde ein absolutes Schutzhindernis entgegenstehen. Wenn ich aber zum Beispiel Apple für Technik habe, für irgendwelche Computer, dann hat das ja mit Äpfeln überhaupt nichts zu tun, dann habe ich mindestens eine durchschnittliche bis überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Eine Marke mit hoher Kennzeichnungskraft kann damit eben auch einen höheren Schutzumfang begründen als eine Marke mit einer geringen Kennzeichnungskraft. Das zweite Kriterium für die Verwechslungsgefahr ist die Identität oder Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die sich gegenüberstehen. Das heißt, es gibt eine ältere Marke oder den Inhaber einer älteren Marke, der sagt, pass auf, du hast hier eine Marke angemeldet, die ist hier verwechslungsfähig zu meiner und dann muss man eben prüfen, wofür ist denn die ältere Marke eingetragen und wofür ist die neue Marke eingetragen und hier muss man eben vergleichen. Verkauft der eine zum Beispiel Klamotten und der andere verkauft auch Klamotten, dann hat man beispielsweise Identität der Waren, für die die Marken geschützt sind oder der eine verkauft zum Beispiel Hosen und der andere verkauft Schuhe, dann hat man nur Ähnlichkeit, was sind beide Sachen zum Anziehen und da muss man eben genau schauen, wie ähnlich sind sich die Waren oder Dienstleistungen übertragen. Auf Dienstleistungen würde man zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche sagen, so der eine macht Filme, der andere macht Musik und hier muss man dann eben ganz genau schauen. Das dritte und letzte Kriterium für die Verwechslungsgefahr in der Gesamtbetrachtung ist die Identität oder Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Kennzeichen und Marken. Dort muss man auch prüfen, wie ähnlich sich die Kennzeichen tatsächlich sind. Auch hier hat man eine geringe Ähnlichkeit, eine durchschnittliche oder hochgradige Ähnlichkeit im markenrechtlichen Sinne und je nachdem, wie weit die Kennzeichen auseinander sind, muss dies kompensiert werden, entweder durch den Grad der Ähnlichkeit der Dienstleistungen und Waren oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens. Das heißt, das kann sich gegenseitig jeweils kompensieren, wenn irgendwo etwas weniger vorliegt, zum Beispiel die Marken nicht besonders ähnlich sind als Kennzeichen, aber eben identische Waren verkauft werden und die ältere Marke besonders kennzeichnungskräftig ist. Bei der Frage der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Kennzeichen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten der Verwechslungsgefahr, nämlich die klangliche, bildliche, schriftbildliche und begriffliche Verwechslungsgefahr. Klanglich zum Beispiel Nora gegen Dora für Klamotten ist klanglich relativ ähnlich, schriftbildlich vielleicht nicht mehr ganz so, weil das D eben völlig anders aussieht als das N und auch kleinere Unterschiede gerade bei kurzen Marken mit wenigen Silben doch sehr auffällig sind. Bei längeren Marken werden kleinere Unterschiede vielleicht nicht so auffällig sein, sodass es eben gerade bei kürzeren Marken schon kleinere Änderungen dazu führen können, dass man aus der Verwechslungsgefahr raus ist. Das kommt aber dann eben wieder, ihr erinnert euch an den Dreiklang der Kriterien, sehr darauf an, ob die sich gegenüberstehenden Waren oder Dienstleistungen identisch sind oder eher gering ähnlich, durchschnittlich ähnlich und je nachdem brauchen wir eben ein Mehr an Verwechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Kennzeichen, wenn die Waren und Dienstleistungen eben nicht identisch oder hochgradig ähnlich sind. Wie ihr sehen könnt, ist die Verwechslungsgefahr ein schwieriges Thema. Man kann es im Einzelfall gar nicht so einfach feststellen, gerade durch diese unterschiedlichen Kriterien, Kennzeichnungskraft, Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und auch deren Grad und Identität und Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Kennzeichen, was sich alles gegenseitig bedingt und kompensiert. Deshalb ist es umso wichtiger, bevor ihr eine Marke anmeldet, die vernünftig zu recherchieren, einen spezialisierten Rechtsanwalt oder eine spezialisierte Rechtsanwältin für Markenrecht und Gewerblichen Rechtsschutz mit der Recherche und der Feststellung einer Verwechslungsgefahr zwischen mehreren bestehenden Marken zu beauftragen. Wir sind eine solche spezialisierte Fachanwaltskanzlei für Markenrecht und Gewerblichen Rechtsschutz und vertreten unsere Mandanten seit Jahren bundesweit, wenn es darum geht, Marken zu recherchieren, Marken anzumelden oder auch Marken zu überwachen und später auch Markenrechte durchzusetzen oder aber auch, wenn ihr abgemahnt wurdet, eine einstweilige Verfügung oder Klage auf dem Tisch habt, weil ihr andere Markenrechte verletzt haben sollt, dann nehmt gern Kontakt zu uns auf. Ihr erreicht mich über meine Website www.rechtsanwalt-gerstner-berlin.de, nehmt Kontakt über das Kontaktformular, über die E-Mail oder meine Telefonnummer auf. Wir helfen euch gern. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und vielleicht sogar weitergeholfen hat, dann abonniert doch gern meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um später keine neuen spannenden Videos zu den Themen Marken, Urheber, Medien- und Wettbewerbsrecht zu verpassen. Und wenn ihr vielleicht auch gern Podcast hört, dann hört gern meine Folgen von der Medienanwalt, meinem noch recht jungen Podcast zu den Themen Medien, Urheber, Marken, Wettbewerbs- und Sportrecht. Ich habe hier des Öfteren spannende Gäste aus der Medien- und Wirtschaftsbranche und hört gern einmal rein. Sagt es weiter. Bis bald.